Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-starten.de. Mein Name ist Janek Brün und das hier ist ein weiteres C-Sharp-Tutorial auf diesem Kanal. In diesem Video schauen wir uns mal ein sehr häufig gewünschtes Thema an. Und zwar schauen wir uns heute mal die Lambda-Expressions, beziehungsweise auf Deutsch die Lambda-Ausdrücke an. Mit Lambda-Ausdrücken kann man anonyme Methoden auf eine sehr, sehr einfache Art und Weise erstellen. Und bevor wir uns jetzt angucken, was ein Lambda-Expression ist, schauen wir uns erstmal an, was anonyme Methoden überhaupt sind. Denn darauf baut das Ganze ja eigentlich auf. Außerdem sollte man, um zu verstehen, was Lambda-Expressions sind, auch verstehen, was Delegaten sind. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht und das werde ich dir in der Videobeschreibung verlinken. Schau dir das also unbedingt auch an, bevor du jetzt hier weitermachst, wenn du noch nicht weißt, was Delegaten in C-Sharp sind. In diesem Sinne würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Bevor wir zum eigentlichen Thema dieses Videos kommen, möchte ich dich auf unseren C-Sharp-Masterkurs hinweisen. In diesem Kurs lernst du Schritt für Schritt und wirklich von Anfang an die Programmiersprache C-Sharp kennen, sodass du schnell deine ersten eigenen Anwendungen entwickeln kannst. Klicke also unbedingt noch auf den Link in der Videobeschreibung, um mehr über diesen Videokurs zu erfahren. Bevor wir uns jetzt anschauen, was anonyme Methoden sind, gucken wir uns nochmal ganz kurz wiederholend an, was ein Delegat ist. Ein Delegat ist ja ein Methodenzeiger. Das heißt, ein Delegat ist ein Objekt, in das man eine Referenz zu einer Methode übergeben kann. Und über dieses Objekt kann man diese Methode, die man übergeben hat, als Referenz dann aufrufen. Hier mal ein einfaches Beispiel. Wir haben einen Public Delegate Void, den wir TestDel nennen. Und dieser TestDelegat möchte jetzt einen Parameter vom Typ String übergeben bekommen. Und diesen Parameter nenne ich einfach mal S. So, jetzt haben wir hier unsere Main-Methode. Und hier können wir jetzt zum Beispiel ein Objekt von diesem Delegat erstellen. Wir erstellen also einen neuen TestDelegate. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Del. Und hier erstellen wir jetzt diesen neuen TestDel mit dem New-Schlüsselwort. Und jetzt siehst du, dass wir hier ein Target übergeben müssen. Also eine Methode, die man hier übergibt, die dann über diesen Delegaten aufgerufen werden soll. Dafür müssen wir uns natürlich erstmal eine Methode erstellen, die eine kompatible Signatur wie dieser TestDelegat hier hat. Wir sagen also, wir erstellen eine StaticVoidDoSomething-Methode. Und da übergibt man einen String namens Name zum Beispiel. Und in dieser Methode wird einfach ConsoleWriteLine aufgerufen. Und da drin wird jetzt zum Beispiel folgendes String in der Konsole ausgegeben. Hello. So, dann der Name. Und das war's dann. Also da wird dann einfach Hello zum Beispiel Johannes ausgegeben. Und ja, diese Methode können wir jetzt hier tatsächlich unserem Delegaten übergeben. Wir können jetzt also eine Referenz zu der DoSomething-Methode hier diesen Delegaten übergeben. Bei NewTestDel, da übergeben wir jetzt einfach DoSomething. So. Und jetzt können wir diesen Delegaten aufrufen mit einem beliebigen Parameter. Zum Beispiel können wir sagen Del Johannes. Und dann machen wir hier noch ein ConsoleReadKey, damit man das auch sehen kann. So. Und dann sehen wir, in der Konsole steht Hello Johannes. Das Ganze funktioniert also einwandfrei. Das ist ein Delegat. Das ist ein Delegat. Einfach nur ein Objekt, in das man eine Referenz zu einer Methode speichern kann. Und über dieses Objekt kann man diese Methode dann aufrufen. Wenn du das Konzept noch nicht genau verstanden haben solltest, dann schau mal in die Videobeschreibung. Da ist nochmal ein Link zu einem Video, in welchem ich diese Delegaten nochmal im Detail erkläre. So. Und jetzt schauen wir uns mal an, was eine anonyme Methode ist. Ganz einfach gesagt ist eine anonyme Methode eine Methode ohne Namen. Also eine Methode ohne einen Bezeichner, über welchen man sie aufrufen könnte. Das ist also eine Methode, die in unserem Programm nur an der Stelle existiert, wo wir sie definiert haben. Und man kann sie über keinen Bezeichner irgendwo anders noch aufrufen. Diese DoSomething-Methode hier, die ist zum Beispiel nicht anonym. Man kann sie über den Namen DoSomething überall aufrufen, wo sie bekannt ist. Eine anonyme Methode hat diesen Bezeichner allerdings nicht, deswegen ist sie anonym. So. Wofür braucht man das Ganze aber? Es gibt zum Beispiel verschiedene Methoden, bei welchen man als Übergabeparameter einen Delegaten hat. Und dieser Delegat möchte dann, dass man ihm, um diese Methode aufrufen zu können, eine andere Methode als Referenz übergibt. Jetzt kommt es aber häufig vor, dass man nur für diese Übergabe, nur für den Aufruf einer bestimmten Methode, nicht hier im Programm eine einzelne Methode erstellen möchte, die man dann auch überall anders verwenden könnte. Man will diese Methode wirklich nur einmal definieren, um sie diesem Delegat zu übergeben bei dieser Übergabe. Und dann war es das. Dann möchte man die nicht mehr haben. Und deswegen existieren anonyme Methoden. Nun, wie sieht das Ganze aus? Aktuell haben wir ja hier noch diese normale Methode. Und die löschen wir jetzt einfach mal weg. Und statt dieser normalen Methode machen wir jetzt hier einen Delegaten mit einer anonymen Methode. So. Wie funktioniert das? Dafür löschen wir einfach mal das hier weg. Wir sagen jetzt testdel ist, oder dieser Delegat del ist jetzt ein Delegate, dem man ein String s übergibt. Und dann kommt hier ein Codeblock, in welchem diese Methode definiert wird. Und dann hier natürlich am Ende noch ein Semikolon, um das Ganze abzuschließen. Und in diesem Codeblock können wir jetzt die anonyme Methode definieren. Wir können zum Beispiel jetzt hier sagen, ConsoleWriteLine, Hello, und dann S. Das ist ja dieser String-Parameter, den wir übergeben haben. Und ja, das war es dann. Und jetzt können wir hier auch, wie vorhin schon, den Delegaten einfach aufrufen mit dem Parameter Johannes. Und dann wird diese anonyme Methode darin aufgerufen. Und diese Methode können wir jetzt wirklich nur über diesen Delegat hier aufrufen. Die existiert also wirklich nur an dieser Stelle. Und wenn wir das Ganze jetzt starten, dann sehen wir, dass das Ganze funktioniert. Wir sehen, Hello Johannes wird in der Konsole ausgegeben. So. Das ist also eine anonyme Methode. Nochmal wiederholt. Eine anonyme Methode ist eine Methode ohne einen Bezeichner. Man kann sie also nicht einfach über irgendeinen Namen aufrufen, sondern sie existiert nur da, wo man sie definiert hat. Und man braucht das zum Beispiel, wenn man eine Methode aufrufen möchte, die als Übergabeparameter einen Delegaten hat, der eine Methode braucht. Und ja, wenn man diese Methode dann nicht extra im Programm definieren möchte, dann kann man so eine anonyme Methode verwenden. So. Und jetzt gibt es als Erweiterung von diesen anonymen Methoden, als Weiterentwicklung quasi, die Lambda-Expressions. Lambda-Expressions bzw. Lambda-Ausdrücke auf Deutsch sind die modernere Variante von anonymen Methoden. Das heißt, wenn man heutzutage in C-Sharp anonyme Methoden übergeben möchte, dann sollte man das Ganze nicht mehr so auf dem klassischen Weg machen, wie ich es hier gerade gezeigt habe, sondern man sollte Lambda-Expressions verwenden. Das empfiehlt übrigens auch Microsoft. Ich zeige dir jetzt einfach mal den Aufbau von einer Lambda-Expression. Eine Lambda-Expression hat folgenden Aufbau. Wir haben hier ein Klammerpaar und dieses Klammerpaar enthält die Parameterliste für unsere Methode. Und dann kommt der Lambda-Operator, der besteht aus einem Istgleich und diesem kleiner Zeichen bzw. größer Zeichen. Und zusammen bilden die einfach diesen Pfeil. So, das ist der Lambda-Operator. Und dieser Lambda-Operator, der trennt jetzt die Parameterliste von der eigentlichen Methode. Das heißt, hier können wir jetzt tatsächlich in einem Klammerpaar eine Methode definieren. So, jetzt haben wir hier aber noch nichts gemacht. Wir wissen, dass der DelegateDel vom Typ TestDel ist und das TestDel einen String-Parameter hat. Das heißt, wir müssen in dieser Parameterliste einen String übergeben und ich nenne diesen String jetzt einfach mal Name. So, wieso muss ich hier jetzt keinen String angeben? Also, wieso muss ich hier jetzt nicht angeben, was für ein Datentyp ein Name ist? Das liegt daran, dass C-Sharp oder der Compiler automatisch erkennt, dass Name ein String sein soll, weil wir ja hier diesen Lambda-Ausdruck einem TestDel-Objekt zuweisen möchten. Und ja, der Compiler kennt ja von diesem TestDel hier schon diese Parameterliste. Das heißt, wir wissen, okay, da gehört ein String rein und deswegen ist hier dieses Name auch ein String. Wenn wir jetzt hier diesen TestDel erweitern und hier als Parameter noch ein Integer, n zum Beispiel, mitgeben, dann müssen wir hier jetzt natürlich mit einem Komma getrennt auch noch ein Integer übergeben. Und den könnte ich jetzt einfach h zum Beispiel nennen. Und wie du sehen kannst, wenn ich da mal mit der Maus drüber hover, wird auch hier automatisch erkannt, dass h ein Integer sein soll. Wir müssen hier also keine Datentypen mehr angeben. So, und nach dem Lambda-Operator hier können wir jetzt natürlich hier zwischen den beiden geschweiften Klammern ganz normal eine Methode definieren. Wir können das Ganze auch hier mal ein bisschen davon trennen und hier einen Codeblock bauen. So, und da kann ich zum Beispiel hier sagen, ConsoleWriteLine und dann sagen wir hier Name ist und dann kommt Age Years Old. So, und wenn wir jetzt hier den Delegate aufrufen, dann sagen wir hier, dass wir erstmal den Johannes übergeben für Name, aber dann müssen wir natürlich auch noch ein Alter übergeben und das ist jetzt einfach mal 15. So, und dann wird da ausgegeben, Johannes ist 15 Years Old. So, schauen wir uns das mal an, ob das funktioniert. Und siehe da, Johannes ist 15 Years Old. Das funktioniert also einwandfrei. Und das sind Lambda-Ausdrücke, beziehungsweise Lambda-Expressions. Du weißt jetzt also, was Delegaten sind, du weißt, was anonyme Methoden sind und du weißt jetzt auch, was Lambda-Expressions sind. Und ja, in diesem Sinne war es das mit diesem Video. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben dalassen würdest. Und falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir bringen wirklich regelmäßig neue Videos, wie dieses hier. Und wenn das genau dein Ding ist, dann lass auf jeden Fall ein Abo da. In diesem Sinne verabschiede ich mich und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.